Musik Ein böser Streich war hier im Mittelalter eine Schelmerei. Und dann bedeutet es aber auch noch eine Schelle von Schellen und ein Meer von Geschichten. Eine Mär, also Klanggeschichte. Musik 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 Ich befasse mich im Leben fast nur mit Alt und Zeug. Und ich mache das halt zum Beispiel auch musikalisch. Ein bisschen forschen, ein bisschen Wurzeln suchen. Und aber dann auch etwas Neues daraus machen. So ein bisschen wie Recycling ein bisschen. Musik Musik Unser Ziel ist es auf jedem Schloss der Schweiz und auf jeder Burg einmal gespielt zu haben. Also ladet uns ein, engagiert uns. Musik